Leute, seid auch so gespannt auf... Naja, alles. Triff als Hitler-Weltler drei Überlebende mit der Kettensäge. Boom, Junge! Oh, das schmeckt mir ja aber heute. Drei Überlebende mit Kontrabass Hingen an dem Haken und erzählten sich was Von Billy, der da kam, ja was ist denn das? Da werden wir mal den Vernichtungen stoppen hier, oder was? Im Untergrundkomplex, das ist keine so tolle Map für den Billy. Aber wir sind jetzt endlich wieder flüssig unterwegs. Das letzte Windows-Update hat mein Aufnahmeprogramm hier ein bisschen zerschossen. Und ich konnte nur noch mit alter Software aufnehmen. Mit maximal 40 FPS, was halt super awkward ist. Vor allem bei einem Spiel wie Dead by Daylight. Aber jetzt geht es hier wieder Lock auf Lock ich voran, würde ich mal sagen. Hallo? Sprint, oh! B-b-b-b-b-b-b-b-b-bürste! So, Nummer eins! Wer hat noch nicht, wer will nochmal? Megan! Oh, Megan! Boah, sie ist raus hier, oder? Boah! Boah! Lol! Ich seh dich nicht! Wo bist du? Komm her, du Frischchen! Ja, da hätten wir den Salat Finger hier weg von meinem Jake Das ist meiner, der gehört mir Okay, wo ist er? Oh, wo ist denn der? Lol, ist der oben? Oh, krass, Alter Oh, Megan, oh, was ist denn hier los? Das ist wie auf dem Bahnhof hier, ich glaub das nicht Warte mal Ja, ja Ne, 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 ja, ja Ich kann da gar nicht hin Verdammte Axt Schnell, 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 schnell Oh, da liegt doch die Glodez, Alter Lol, jetzt hab ich ihn hier schon wieder für die Verdichtung gestartet, hä? Aber was ist los hier eigentlich? Oh, ey, die Türen Ist das fettig? Lol, Alter, bringt euch bitte nicht um Ach, kommt schon Da hätte ich jetzt hier gut und gerne mal in Art bekommen können Komm, wir spielen noch eine Runde, oder? Ich brauche noch mindestens eine Kittensäge von euch Na los Jungens und Mädels Was ist denn das hier für eine Arbeitseinstellung, hä? Was ist denn das für eine Moral? Hier geht so viel ab auf der Karte Erstmal orientieren Oh, hier Oh, doll Oh, wie sind denn alle entkommen, Alter? Nice Sandback Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Na komm schon, Babyboy Na komm schon Wir gehen auf eine kleine Reise Verdammt, Alter Ist er weg? Ne, da ist er Komm Krieg jetzt hier mal einen richtigen Gegner, oder was? Tja, da hat er den Schrank versperrt Ich habe auch ein Gehirn, musst du wissen Hast du gerade festgestellt, nicht wahr? So, mein Freund Jetzt hast du ein paar Sekunden länger durchgehalten Halt alle deine Freunde Du kannst stolz auf dich sein Ich weiß hier was, das ist ein Scratch Marks Da wird geheilt Oh, sorry, alter Jake Es tut mir leid Okay, komm, komm Du kommst jetzt mit hier Ah Palette Oh Komm, ich kann dich nicht schon wieder auf dem Boden rumschimmeln lassen Das geht dir wohl gar nicht Wolltest du gerade den Ding sabotieren? Ist das so eine Vollmeise, oder was? Alter, das ist zumindest hier Permanent Action am Start Was ich nur begrüßen kann Uiuiui Leicht schwitzige Angelegenheit hier Ah, der hat den Perk, ne? Okay, ich kann da hin, sehr gut Danke fürs Abmachen Das ist halt Das ist ein größerer Vorteil für mich als für euch Ist hier jemand? Lol Jake Jake Plus 5 Luft Weggeschärbelt, alter Nee, nee, nee Nee, 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 Claudette Nee, nee, nee Oh, sie ist da hoch Ja, das ist jetzt aber blöd Ja, das ist eine echt, äh, komische Ausgangslage hier Oh Oha Balanced Landing war gar nicht so eine schlechte Ausgangslage, wie ich einst vermutete Das war so dumm, Alter Also, wenn die halt alle aufeinander hocken, ne, dann Hau da halt ab Am besten So Komm mal her hier, mein Freund Ich werde dich jetzt mal ja kurz mal entfernen Ich glaube, du hast schon genug gelitten Okay, wenn man dich hin, hier hoch Oh, Alter Zweite Stockberg Hier geht's noch höher Was ist denn los? Was ist denn hier, Phase? W- Bitte was? Wie verrückt ist das denn? Einfach mal noch ein Stockwerk Boah, ist das unübersichtlich Ist ja rausgerannt, ja, ist er Du hast verloren, Alter So, die unsicherste Palette Da willst du nicht sein Okay, cool Okay, einer ist tot Ähm, die Claudette wurde gerettet Die hab ich, glaube ich, erstens aufgehangen Jetzt ist da die Meg wieder an der Reihe Oh, keine Generatoren gemacht Schöne Blutpunkte weggefahren Oh, ist das die Claudette? Oder ist das die Meg? Ich kann's nicht erkennen Das könnte die Meg sein Hier hinter Oh, ist das die Meg? Oh, ihr kleinen Popel hier Oh, ihr kleinen Popel hier Ja, ja, mach mal ab Mehr Blutpunkte für mich, Baby Oh Gott, die tut mir so leid, Alter Die haben überhaupt keine Chance Ich lass denen auch gar keine Chance Als irgendwie was anderes zu machen Als sich gegenseitig abzuhaken So muss es halt eigentlich laufen Wenn du zum Anfang gleich drei Downs kriegst Äh, oder zwei Deswegen ist es halt auch so krass Also, mit Slugging, ne Das ist einfach so effektiv Du Popel, Alter Also, es ist halt einfach Für einen Killer so Eine sehr effiziente Art und Weise zu spielen Da kann man eigentlich kaum Einen Vorwurf erheben Geh, Mann Du kommst raus Meg hat noch eine Chance, wegzurennen Zwei Sekunden lang, circa Ich kriege hier irgendwo den Den, äh, Jeff Krieg nachher bestimmt die Hash Hier oben Ja Alter, ist das kompliziert Alter, ist das groß und komplex Das ist ja übel, krass Hier noch überall mit Schränken und so Halt heftig Okay, mein Fräulein Ich meine, ich könnte dich jetzt Auf den Boden lassen Und den Jeff suchen Oh, da ist er schon Komm her Wenn schon, denn schon, oder? Hallo Babyboy Ich komme schon Ich komme schon Ja, 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 ja Oh, da kann er rausrennen Ich dachte, der wäre zu Oh, der will die Meg heilen Oh, das ist nicht gut Komm her Jetzt reicht's Verfolgung auf Maximum, Alter Trotzdem Trotz alledem Boah, ich muss die Meg vor allem wiederfinden Ich bring die mal hier Ein bisschen Stückchen weiter weg Ich hoffe, ich kriege Barbecue und Chili Alter, was ein Game, Junge Ah, Mist Wo war sie denn jetzt? War das noch der Raum? Ah, ich höre sie Ah Wenn du jetzt entkommst Kommst du nicht weit Ich sag's dir Ich schwöre Das schaffe ich nicht mehr, ne? Oh, Megan Mach keinen Scheiß Au Ich sage doch Mach keinen Scheiß Wenn sie jetzt entkommt Hat sie es aber auch verdient Oh, Alter Oh, Alter She's on the Run Ich hab mich erschrocken Und zwar mehr als du, fürchte ich Sie hat immerhin mal nach hinten geguckt Das ist schon mal ein Vorteil Auf der Strategie können wir aufbauen Ähm Aber wir sollten vielleicht nochmal über die genaue Ausführung sprechen So Bam Ich find halt tatsächlich ehrlich Wenn, äh Das sieht so geil aus hier Wenn, oh, da oben Waren schon gut dabei Wenn gar kein Generator geschafft ist Sollte vielleicht auch gar keine Hedge Spawn, so Ich mein, ist prinzipiell auch egal So, das Team hat halt verloren Na Aber dann sollten sie auch die Niederlage akzeptieren Dann 25.000 Kriege ich dafür Das ist okay GG Da hat sich die ganze Sache hier schon mal gelohnt War, war auf jeden Fall eine neueste Runde Ich hoffe, das mit der Aufnahme hat jetzt alles super gut geklappt Äh, fast, fast vier rote Oh Gott, das Matchmaking, ey Oh, shoot Naja Okay Sprechen wir nicht drüber Haben wir abgesahnt Äh, ich wollte nur sagen Ähm, ja Jetzt, ab jetzt geht's weiter mit 60 FPS Die letzten Videos waren ein bisschen ruckelig Habt schon mal einen Community-Beitrag gemacht Weil, äh, wie gesagt Windows-Update hat mir einiges zerschossen Ähm, ich konnte nur mit alten Sachen aufnehmen Die halt performance-technisch super scheiße waren Jetzt hatte ich mal im Forum nachgefragt Jetzt hab ich hier einen neuen Codec für mein Programm Und jetzt läuft der Hase wieder Dankeschön fürs Zuschauen, liebe Leute Habt euch lieb Bis dann noch einen schönen Abend Lass einen Daumen nach oben